Kurschmier Kurschmier, ich bin koscher. Kiss me, I'm koscher. Kurschmier 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 Und deren Hand und seine Eugen beten, hier stehen. Meine Röder sind in Israel. Mein Vater ist von Haifa. Er ist ein Russischer. Die Jiddische Musik ist aus vielen Ländern, wie Russland, Polen, und viele Oriente. Zwei Jahre habe ich ihn gefragt, ob er eine Jiddische Musik macht. Die Idee war, die Jiddische Traditionen zu machen, wie es modern ist. Er ist der richtige Mann, weil er die Musik fühlt. Er ist aus Russland. In seiner Kindheit, hat er die Stringparte gehört. Es war eine gute Verbindung. Aber ich weiß nicht, dass es die Jüdische Musik ist. Ja. Masel. Ich weiß es in der russischen Version, aber ich weiß es nicht. Er hat die Melodie. Und er sagte, ich weiß es. Ja, es ist Jiddisch. Wir mischen elektronische Klub-Sounds mit alten traditionellen jüdischen Songs, wo auch Teile von Polka, von russischen Chansons drin sind. Das, was wir tun. Wir haben so viele Stats. Wir mischen Mizrahi mit dem violonischen Teil. Und ja, wir mischen alles zusammen. Do you know what Mizrahi is? No, I don't know. What? The bass. The bass. The bass. The bass. Yeah. And you're out to it. What does it make you feel? I feel good. We are people who think not about the nation, about the feeling. What reactions did you get from friends? Manche fanden es gut, die mit ganzer Szene nichts zu tun hatten und nur musikalisch das betrachten. Die fanden das gut. Andere, die sehr verkoppt sind und eher so szenenmäßig unterwegs waren. Ich habe mir gesagt, dass ich damit mein Name versauen würde. Wenn ich bei jemandem mein Name ruiniert habe als Produzent, nur weil ich Musik mache, die jüdischen Ursprung sind, das ist mir so was von scheißegal. Auf diese Leute kann ich auch verzichten. If you say the word Jew, it's always politically, right? Okay. But we want to go out from this. We don't want to represent like we are Jewish band and Jewish Jewish all the time. The songs are so beautiful. The music or the song which they were written, I don't know, 60 years ago, 100 years ago. The quality is still so good from the songwriting and the message. Jew is the feeling of metropolitan people who comes from everywhere. time and people annoy We are right put and the ecoiva ном TRANS This week to start of the year was we are in America and they are very into the music and the feeling was that there is a band die ihre Lebensstil betreffen, nicht wirklich ihre politischen Beziehungen, aber ihre Lebensstil. Und das ist das, was wir wollen. Was ist der Zukunft der Band? Wir wollen viele Gigs spielen, überall in der Welt. Wir müssen das Album machen, hoffentlich dieses Jahr, damit wir es im Jahr 2010 verlassen können. Wenn ihr die T-Shirt habt... Ich habe die Message, Liebe und lass leben. Nein, nein, nein. Für unsere Nation, aber wir haben eine Nation, die Menschen. Das ist mein Städte der Welt. Mein Heim, alle dort, wo ich hab meine Kinderschei und Tavra. Das ist mein Städte der Welt. Mein Heim, alle dort, wo ich hab meine Kinderschei und Tavra. Das ist mein Städte der Welt.